Nach einer kurzen Pause geht's bei mir weiter. Light will show you the way. Das Licht wird uns den Weg zeigen. Den Weg, Cynthia Weaver. Kamen wir von hier? Kamen wir von hier? Ja, schluck schon. Ja, wir kamen von hier. Selbst kleines Päuschen wird mich unterteilen. Nein, bitte nicht. Ich hab nur 5 Schuss. Du warst von der Treppe gefallen. Boah ey Leute, ich hab nur 5 Schuss. Ne, wir sind von hier gekommen. Oder? Das sind meine Worte, sagt er. Klar, wir sind von hier gekommen. Das Wort haben wir schon. Ne. Lalalala. Go back. So. Nehmen wir jetzt zurück am Anfang. Was haben wir denn gefunden, dass wir am Anfang äh... hier durchstammen oder was? Ne, von da sind wir gekommen. Mal das Ding hier aufmachen. Ne. Zwei Speicherpunkte direkt nebeneinander. Oder... Wir schreiben jetzt ne Szene... äh... da vorne anders. Upp, ne. Hier durch den Zug. Dieses neue Thema bringt mich tiefer in die Geschichte. Ja. Äh, wo sind wir denn jetzt hier? Hier, ne. Ne. Quatsch. Hier. Ne. Da. Oh. Ne, da sind wir auch nicht. Hä, wieso denn nicht hier? Oh, dass der immer hier in dem Raum ist, ey. Eingeschützter Tunnel. Doch. Äh, da machen wir jetzt das Beschwörungsretort. Tipp, tipp, tipp. Die Handlung formte die Welt um mich herum. Bro. Bro! Scheiße, 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 wo lang? Wird's Licht. Im Saifu! Ich wollte gerade sagen, hier ist irgendwas zu gewesen. Boah, war das zu langsam? Dann lauft es nicht. Ich konnte das Dunkel nicht hören. Es war fort. Mann, das gibt aber ganz schön schnell auch. Machen wir mal schnell speichern. Der Tunnel war jetzt offen. Ich gelangte hindurch. Wow, okay. Da hat uns das Dunkel ganz schön geflaxt. Ich glaube, ich habe es gespeichert. Einfach weiter geradeaus laufen. Bloß nicht nach hinten gucken. Scheiße. Boah, der Sound. Du wackelst so viel mit der Lampe. Das Dunkel. Ich hatte es bereits gesehen. Ich erinnerte mich. Es war stets da draußen. Jagte mich. Aber der Tunnel sieht hier aber nicht gut aus. Hier irgendwie. Das erinnert mich voll an Resonable 1. Diese. In der Kalorisation da, wo die Hunter kommen und so. Wo die Steine rollen. So sah das irgendwie aus. Ganz komisch. Irgendwie jetzt dunkel. Hier hoch gehen diese Säulen. Ich hatte den Tatort entdeckt. Irgendwie war das Herz des Opfers der Schlüssel. Hm. Was liegt denn hier noch? Etwas war anders. Ich fühlte mich meinem Zuhause so nah. FBI. Wer sind sie? Was ist das? Wer sind sie? Sie hört mich. Sie kann mich hören. Ich bin Saga Anderson. FBI-Hebler. Ich bin Alan Wake. Ich sitze hier fest. Im dunklen Ort. Unter dem Cauldron Lake. Im Cauldron Lake. Sie. Ich versuche zu entkommen. Ich mache Fortschritte, aber ich bin in Gefahr. Das Dunkel. Hilfe. Bitte. Helfen Sie. Ich spürte es. Ich war ganz nah. Hatte mir die Frau in der Vision geholfen? Etwas hatte sich geändert. Draußen. Parliament Tower. Wo ich mit Alice lebte. Es war da. Und wartete. Kapitel Ende. Wer schrieb wem? Wer schrieb dieses Gedicht? Ich? Nein. Der Verfasser des ersten Wortes. Nicht der des letzten. Mit dem Schrecken des Lichts und dem geworfenen Schatten. Das dritte Auge nun weit aufgerissen. Zur Projektion. In der Nacht. Das ist der Moment zu schreiben. Dieses Ritual wird dich weiterbringen. Deine Freunde werden ihn treffen, wenn du weg bist. Was ist in der Luft? Als ich den Tatort betrat, spürte ich, dass etwas in der Luft lag. Eine Bedeutung. Die grausame Emotion der Tat, wie eine Wolke des Zorns. Die toten Augen des Opfers starrten etwas Unsichtbares an. Und doch war man sich dessen Anwesenheit bewusst. Etwas war auf molekularer Ebene in diesen Ort eingedrungen. Es überlagert eine wertlose Existenz. Ein Rückschritt hin zu etwas, das du vergessen hast. Es markiert dich. Macht mit dir eine Spritztour. Treibt dich in den Wahnsinn. Hmm. Oh, noch ein Wort. Oh, nee. Hier waren wir schon. Können wir das hier stibitzen? Haben wir das schon stibitzt? Nein, haben wir noch nicht. Oh, der Pistole. Wer hat eine Chance von 15% keine Munition zu verbrauchen? Ja, 15% Das ist wie viel? Ups. Jede... Quat. Jede siebeneinhalbte Kugel? Ist ja gut. Wird gar nicht drauf geachtet, aber... Die Station hatte sich verändert. Ich war jetzt näher dran. Also, wir können hier also wieder zurückgehen. Oh, warum stuckt der denn jetzt so krass? Ah, muss wieder weg. Jetzt einfach wieder rausgehen, meint er damit? Können wir noch ein Licht einsammeln? Ich meine, er sagt mir, die Station hat sich verändert und nicht... Okay. 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 Wäre ich zu Hause, wenn ich hoch in die Wohnung gehen würde? Oder war das nur ein Echo der Realität? Selbst dann hätte mich der Tatort der Flucht näher gebracht. Natürlich habe ich gewusst, dass das jetzt da ist und sowas. Ich hätte gedacht, vielleicht von der Station aus müssten wir da hin oder so. Ja, da war noch ein Behälter. Ja, mein Gott. Hey, unsere Statue. In loving memory of Alan Wake. 77, 2010. Da war 33. Äh... War das bei seinem Verschwinden? Also ist er jetzt 46. Klingeling. Hey, Alan. Schön, Sie zu hören. Ich dachte, ich hätte Sie wieder verloren. Wer sind Sie? Warum helfen Sie mir? Sind Sie tiefer vorgedrungen in den Übergang? Sprechen Sie vom Tatort? Ja, bin ich. Das ist fantastisch, Alan. Wir sind unserer Flucht näher. Wir machen Fortschritte. Ja, wenn Sie endlich meine Fragen beantworten würden. Beim letzten Mal waren Sie ziemlich besorgt um Alice. Waren Sie beim Parlament Tower? Und haben Sie sich vergewissert, dass Sie entkommen sind? Natürlich kamen Sie raus. Deshalb bin ich hier. Das war doch der Sinn der Sache. Seien Sie vorsichtig, Alan. Das Dunkel stiehlt von Ihnen. Es kann sich bereits als Ihr Tubel manifestieren. Squish will... Oh-oh. Halt, warten Sie! Hallo? Tubel. Der böse Doppelgänger. Der Schriftsteller. Vielleicht war ein Opfer. Der Kult nutzte seine Worte. Oder er war das Monster hinter allem. Alice Wake, seine Ex, wusste jedenfalls etwas. Es war da, in ihre Kunst eingebettet. Ein Hilferuf. Die Dunkelheit, die sie gesehen hatte. Sie war in Gefahr. War Alice Teil der Geschichte? Die Dunkelheit, die sich in den TNP prep dove erholtet. Ich kann keine Aufbrückmusik machen. Ist ja gut, ey. Initiation 3, Verfolgung. Ooh. Evil Within Flashback. Sick. Alice! Alice! Alice. Bede die Fotos für die Ausstellungsposter. Ausstellungsposter? Das ist ein Foto von Scratch. Woher hat es Alice? Steigt er hier etwa nach? Woher weiß er denn, dass das Scratch ist? Die Tür zu meinem Arbeitszimmer, in dem ich geschrieben hatte, das Symbol war vorher nicht hier. Ja. Die Tür war nicht so gut. Wird das nicht so gut. wieder einfach aufstehen. Wir haben immer die Musik nach. Ich schaffende das. Dann bin ich die Musik nach. Also, ich hab die Musik nach unten. Videokunstdoku auf Bildschirmen, mehr Fokus des dunklen Ortes. Teil 1, das ist Teil 1. Teil 1, woran hat Alice gearbeitet? Siehren sich gigabyte. Videotime! Nö. Ich habe Fotos und gestaltete seine Einwände. Bestimmt hat er seinen Verleger dazu gezwungen. Ich habe Fotos gemacht, aber es war nicht meine. Das nagte an mir. Hier und da war es schon kompliziert, aber so ist das Leben, oder? Wir liebten uns. Dann hatte Alice eine Blockade. Und es kam eine Seite zum Vorschein, die mir nicht gefiel. Ich brachte ihn zu einem Arzt in Washington. Doch ich sagte es ihm erst, als wir dort ankamen. Wir stritten. Eins kam zum anderen. Und dann war er weg. Ertrunken hieß es. Alle Leute gaben mir die Schuld dafür. Ist das das, was im ersten Teil passiert ist, am Anfang? Das hatte ich manchmal sogar selbst. Wir waren weg. Sie war weg. Wir haben ja nicht. Wir haben ja nur zwei Jahre. Wir waren ne cathartigen, wie vor 6 Jahren. Ich hatte dann nichts damit. Ich habe mich, am Anfang zu hören. Schreibmaschinengeräusche. Stimmen. Alan war zurück. Verfolgte mich. Dann kam es zur Gewalt. Es war Alan. Aber jetzt war er ein Monster. Scratch. Er trug schon immer Wut in sich. Ich stellte überall in der Wohnung Kameras auf. Mit Bewegungssensoren und Blitzlichtern. Stimmen. Meine Albträume auf Film. Und das ist der Schwerpunkt meiner neuen Ausstellung. Guck mal, mach dir mit mir Geld. Um klarzumachen, dass die Welt viel dunkler ist, als sie glauben. Der Name der Ausstellung ist der dunkle Ort. Will ich da schon rein? Let's go. Ich saß im Writer's Room und schrieb die Geschichte. Initiation. Um mich durch den dunklen Ort zu projizieren. Um weit in die Ferne zu blicken. Die Geschichte hat mich hergeführt. Aber ich kam nicht weiter. Ich war wieder am Anfang. Ich schrieb die Geschichte. Und in der Geschichte betrat ich nun den Writer's Room. Doch da war niemand, der schrieb. Okay. 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 Ich schrieb die Geschichte. Ich schrieb die Geschichte. Und sie haben auf die Christine auf Core and Dark, der wie New York aussieht, es aber nicht ist. Vom Grund ist Korn Lake aus erreichbar, liegt aber nicht wirklich darunter. Und nun haben sie es endlich da raus geschafft. Ja, ja. Aber ebenso ihr böser Doppelgänger. educatorin. Oder war es das Dunkel? Beides. Es ist austauschbar. Er ist Scratch, wenn er aussieht wie ich, aber kann diese andere Gestalt annehmen. Und Scratch, das Dunkel, will die Welt nach seinem eigenen Geschmack umschreiben. Das würde zu Ihrer Vorstellung passen. Er sieht aus wie Sie. Und die Welt in einen Albtraum verwandeln. Während des Hirschfests, das schon in wenigen Tagen stattfinden soll. Sie entkamen durch das Schreiben eines Romans, die Seiten, die wir fanden. Doch ihr Dubel änderte ihn, machte eine Horrorgeschichte daraus, die ihrerseits die Realität ändert und die Menschen verrückt macht, den dunklen Ort nach Bright Forks bringt. Schätze, wenn die Fiktion mit dem dunklen Ort in Kontakt kommt, kann sich die Realität verändern. Die Geschichte wird wahr, saugt sich mit allem voll, wie, wie, wie die Dunkelheit bei Anbruch der Nacht. Doch letztes Mal... Das war 2010, oder? Ja, letztes Mal passierte nicht alles auf einmal. Die Geschichte wurde nach und nach Realität. Und das Dunkel war noch immer an den See gebunden. Ich konnte es aufhalten, bevor es ein Ende erreichte. Bevor es frei war. Und darum bleibt noch immer Zeit. Und damit kommen wir zum magischen Lichtschalter. Der Klicker. Magisch trifft es nicht ganz. Scratch will damit sein Ende herbeiführen. Das darf nicht sein. Wenn ich den Klicker finde, kann ich ihn damit zum dunklen Ort zurückschicken und alles wieder rückgängig machen. Ich... Ich weiß. Es klingt total verrückt. Die Erinnerung ist lückenhaft. Und ich weiß nicht, was ich glauben kann. Es ist wie ein halbvergessener Traum. Mr. Wake. Alan. Wir haben in den letzten 24 Stunden ziemlich verrückte Scheiße gesehen. Ich möchte nur eines wissen. Warum komme ich, warum kommen wir in der Geschichte vor? Ich habe sie gesehen. Eine Vision im dunklen Ort. Ich glaube, sie haben mir irgendwie geholfen zu entkommen. Damit hätte Scratch die Geschichte bearbeiten können, um sie zu finden. Und mehr noch. Wir sind alle in Gefahr. Das ist verrückt. Und es gibt so viel davon. Haben Sie vom Kult des Baumes gehört? Sagt Ihnen der Kult des Baumes etwas? Gruselige Typen. Sie tragen diese Hirschmasken. Führen Ritualmorde durch. Ihre Opfer werden dann von der Dunkelheit besessen. Vermutlich durch die Horrorgeschichte eines bestimmten Autors inspiriert. Na, klingelt da was? Der Kult. Ja. Sie haben den Klicker. Arbeiten Sie mit Scratch zusammen? Wenn der Kult den Klicker hat, sind Sie dann Anhänger von Scratch? Wie können Sie so sicher sein, dass Sie den Klicker haben? Sie arbeiten vielleicht für Scratch. Ich weiß nicht mehr. So verwirrend. Alan, wenn ich dieser Spur nachgehen soll, müssen Sie ehrlich zu mir sein. Ja, natürlich. Ist er verwirrt? Oder verbirgt er etwas? Profiling. Profiling. Das ist nicht unser Gedankenraum. Der sieht aber so aus. Okay. Gut. Dann profilen wir mal. Okay. Wo ist der Klicker? Wake. Möglicherweise besteht der Kult aus Anhänger von Scratch. Immerhin haben sie den Klicker. Kultritual. Kult. Ist das dann Kultziel? Psychologie? Nein. Kultziel. Der sagt, wir hätten bei Fälle noch was, obwohl da nichts mehr ist. Hinweise 0. 6 Hinweise. So Kinderreimen. Ich weiß nicht. Ähm. Setscher mit Puppen, was noch? Zeichnungen. Und die Fußspuren. So, was haben wir noch? Geschichte. 15 Hinweise. Oh mein Gott. Hört ihr gar nicht mehr auf. Die Seiten, die wir gefunden haben, stammen aus einer Horrorgeschichte namens Return von Alan Wake und werden wahr. Warum konnte es keine Romanze sein? Boah, holy moly. Im dunklen Ort findest du gewesen, dass es das dunkel nennt, der dunkle. Okay. Taschenlampe. Wake. Wie verändert sich die Geschichte in der Realität? Regen? Nein. Nein, es ist dunkel. Wake saß 13 Jahre lang im dunklen Ort fest. Die Geschichte verändert sich Stück für Stück. Verändert sich. Wake. Muss den Klitscher. Kl-kl-kl-klitscher. Klicker vor Scratch finden. Eine andere Sitzmoralität. Der dunkle Ort und der unserer verschmolzt. Dieser Ort und der dunkle Ort, die Seite... Übergang. Gibt das dann hier? Nein. Hier? Hier? Nein. Dann hier. Übergang mit der Hexe. So. Mehr haben wir jetzt hier nicht. Jetzt machen wir das Profiling. Der Kult und der Klicker. Wake meinte, der Kult hätte den Klicker. Woher weiß er das? Der Autor ist der Leser. Das nächste Kapitel. Das nächste Kapitel. Das nächste Kapitel. Beschützt die Seiten. Der dunkle Glanz der Worte. Wake versteckt Seiten. Deshalb weiß er, dass der Kult den Klicker hat. Wakey Wakey. Warum verheimlichst du uns sowas? Wake hat ein Dubel. Mr. Scratch. Wo ist er jetzt? Mein Gesicht ist von Zorn erfüllt. Der dunkle Ort an deiner Stelle macht mein Gesamtwerk zunicht. Scratch ist hier. In Washington. Er jagt Wake. Scratch und Wake. Scratch sieht aus wie Wake. Warum? Erwecke nicht den Träumer, wenn dein Leben ein Traum ist. Ich schwamm ans Ufer, aber das Wasser steigt. Wake und Scratch stehen in Verbindung. Vielleicht konnte Scratch dank Wake entkommen. Oder umgekehrt? jump! Wupp. Die Frage stellen wir ihm im nächsten Part. Ciao, ciao. Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten. Klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.